Zu einem Reporter-Schicksal. Can Dündar war Chefredakteur von Cumhuriyet. Das ist kein Oppositionsblättchen, es ist die älteste Zeitung der türkischen Republik. Als ihm Beweise vorlagen, dass die Regierung Erdogan Waffen an Terroristen in Syrien lieferte, da hat er entschieden, dass das an die Öffentlichkeit gehört. Er hat gewusst, dass er für dieses Journalistsein einen Preis zahlen wird. Die Strafverfolger haben ihn ins Exil gezwungen. Er ging nach Berlin und arbeitet nun von dort aus weiter. Heute kam aus seiner Heimat die Rechnung von einem Scharfrichter, Entschuldigung, Strafrichter, und dieser Versprecher war tatsächlich ein Versprecher, ein Richter, der Erdogan zuverlässig Strafmaße liefert, wie sie der Präsident erwartet. Jörg Brase berichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017